Fände ich es cool, wenn ich mir einfach alle eure Gesichter auf meinen Körper tätowiere? Ich möchte auch was machen. Weiß nicht so. Würdest du das feiern? Weiß nicht. Würdest du mir ein Aktbild von dir zur Verfügung stellen, wenn ich bitte es auf meinen kompletten Rücken tätowiere? Würdest du es machen? Ja, hundertprozentig. Ach, wie geil. Hundertprozentig. Wer denn nicht? Das lassen wir uns an. Wer denn nicht? Die Idee schmeichert mich für später. Ich habe mir nichts. Körper... Was wäre ein guter YouTube-Titel dafür? Ich habe schwere Depressionen. Ohohohohohohohoho! We can do it. Nice! She's low, she's low. EF! Naaaaaaaaaaaah! Freeze man! Ne, Kevin, Dustin, Philo... Geil, 2 Healer... Und hier so... Nein! Oh, auch noch der, Digga. Ja, Moin. Aber noch von German... Das hätte mich kein Schlimmerer töten können. Das ist der schlimmste Tod, den ich je erlebt habe.